So, frustriert. Der Herr Böckermann ist hier jetzt auch eingetroffen am Santa Court. Du warst am Stadion oder was? Ja, wir haben am Stadion gespielt. Als Top gesetzt oder was? Nö, ich glaub wir waren an... ich weiß nicht, in den Top 5 waren wir gesetzt. Okay. Erzähl mal, wie habt ihr gespielt? Wir haben zweimal gewonnen, in den Top 5. Und wir haben gegen Bergmann-Rode gerade so circa den Stadion. Schönen Apple Roy Express Wagen. Wo war ich gerade, ich denke, in dem? Bei dem Bergmann-Rode-Spiel. Ja, das haben wir knapp gewonnen. Ja. Also haben wir eigentlich schon verloren gehabt, haben den Spies dann auch um ihn drehen können. Und wir sind somit jetzt 5 da, spielen jetzt gegen Flügelkühler, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und dann könnt ihr jetzt auch mal in der Stadt sein, wo ein paar mehr Zuschauer sind, oder? Ja, genau. Jetzt hat aber für den Mann alles zugegeben. Was hab ich gesagt? Phänominale Zuschauer. Okay. Dort am Stadion. Das Fachpublikum ist quasi am Stadion und hier die Party-Leute. Nö, die waren da am Durchdrehen. Okay. Ich glaub das ist eine bessere Stimmung als hier. Okay. Ja. Dann viel Glück gleich und dann sprechen wir uns nochmal. Danke dir! Danke dir!